Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit unserem Modul zur Defender-Verwaltung starten können. In weiteren Videos können Sie sich dann im Detail über die einzelnen Funktionen informieren. Diese finden Sie bei uns im YouTube-Kanal. Wichtig ist natürlich, dass Defender auf den entsprechenden Clients bzw. Servern läuft. Windows deaktiviert diesen, wenn eine andere Antiviren-Software installiert ist. Hier können wir ganz einfach über eine Abfrage vorher dann den alten Antiviren-Client deinstallieren. Das kann natürlich zum einen per Client-Command passieren. Heißt, wir würden den Client selektieren, sagen Job ausführen. Da habe ich einfach mal zwei Jobs vorbereitet, die dann ausgeführt werden können. Können dann natürlich MSI-Versionen deinstalliert werden, aber es können natürlich auch Setup-Routinen aufgerufen werden, wo es dann häufig bei den Antiviren-Produkten zum Beispiel auch ein Parameter gibt, wo das Konfigurations-Passwort dann übergeben wird, damit die Deinstallation auch silent durchlaufen kann. Wenn natürlich vorher die Avira-Funktion im ACMP direkt verwendet wurde, haben wir hier auch die Möglichkeit, ganz einfach über die Funktion Avira Produkt deinstallieren, den alten Antiviren-Client zu deinstallieren. Wenn wir dann im Nachgang kontrollieren wollen, wie es jetzt gerade auf dem Client ausschaut, können wir einfach über ein Inventarisierung-Scannen das Ganze erledigen. Da können wir dann einmal den sogenannten Security Scanner ausführen. Mit dem wird ja das Microsoft Security Center inventarisiert und wir erhalten direkt in den kleinen Details unter dem Punkt Sicherheitsdienst nochmal die Information, welcher Antiviren-Client jetzt gerade verwendet wird. Und wenn das jetzt entsprechend der Defender ist, haben wir dann ein eigenes Plugin, wo wir die ganzen Defender-Informationen uns auch anschauen können, wo wir natürlich hinterher auch in die Ereignisse oder in die Quarantäne reinschauen können, wenn dann dort entsprechende Einträge gelandet sind. Somit wäre jetzt auf dem Client der Defender schon mal am Laufen und jetzt möchte ich natürlich das Ganze auch entsprechend konfigurieren. Wenn es Server gibt, die eventuell den Defender noch gar nicht installiert haben, weil es dort über eine zusätzliche Funktion erst mal aktiviert werden muss, das ist ja einfach unter Rollen und Features verfügbar, können wir das natürlich auch steuern. Da können wir dann auch einfach das jeweilige Gerät auswählen und sagen auch wieder, wir wollen einen Client-Command ausführen und da habe ich auch ein entsprechendes Client-Command einfach vorbereitet, was ein PowerShell-Script aufruft und zwar einfach install minus Windows-Feature minus name Windows Defender und darüber würde dann auch einfach der Defender auf dem entsprechenden Server aktiviert und ich kann dann natürlich auch das komplette Management über das ACMP dann erledigen. Wenn wir jetzt hier in der Defender-Verwaltung starten, sind wir erst mal auf dem Dashboard unterwegs. Das Dashboard kann man komplett individualisieren, das ist jetzt hier die Standardansicht, das heißt ich sehe welche Signaturversion zum Beispiel momentan unterwegs ist, wie viele Dateien sind bei welchem Client momentan in der Quarantäne, wo gab es momentan die meisten Alarme, welche Client sind momentan gemanagt und wie sieht es so im Graphen aus, über die Tage verteilt, wie viele Alarm-Meldungen gab es denn dort entspricht. Bedeutet natürlich jetzt bei mir hier ist der Defender schon eine Zeit am Laufen. Wie startet man denn grundsätzlich? Wenn man das Plugin das erste Mal betritt, startet automatisch der First-Step-Wizard. Hier kann ich dann erstmal meinen Lizenz-Key eingeben. Ich habe aber auch immer die Möglichkeit mit 15 Geräten das Ganze zu evaluieren. kann das mit weiter bestätigen. Hier kann ich dann sagen, über welche Event-Typen möchte ich denn eine Benachrichtigung erhalten. Da habe ich dann zum Beispiel hier Alarme, Fehler, Warnungen ausgewählt. Hinweise waren mir doch ein bisschen zu viel, das habe ich abgewählt. Da kommen dann zum Beispiel auch so Informationen zurück, dass die Virendefinition aktualisiert wurde, dass entsprechend ein Scannen gestoppt, gestartet wird. Das reicht mir eigentlich, wenn es wirklich nur die Alarme, die Fehler und die Warnungen sind. Die Hinweise, das war mir ein bisschen zu viel, deswegen die habe ich rausgenommen. Dann habe ich mir schon mal ein Standard-Konfigurationsprofil für meine Clients, für meine Server eingerichtet. Da habe ich zum Beispiel bei meinen Clients hier schon einmal einen Schnellscan, einmal pro Tag drin und einen vollständigen Scan, einmal die Woche. Das kann ich aber dann hinterher natürlich alles noch komplett individualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal den First-Step-Wizard hier durchklicken will, wähle ich einfach erstmal gerade das Standard-Konfigurationsprofil aus, gehe auf Weiter und wähle dann vielleicht so die ersten zwei, drei Clients oder einen Client einfach mal aus, auf dem ich dann ganz gezielt dieses Konfigurationsprofil anwenden möchte. Hinterher hat man dann vielleicht eine dynamische Verteilung über die Container. Da werde ich dann aber auch ein eigenes Video zu machen, wo man dann nochmal sieht, wie man das aufbauen kann. Sage ich Weiter, kriege nochmal eine kleine Information, kann hier unten auch die Checkbox gesetzt lassen. Dann öffnet sich einfach nochmal der Browser und ich kann mich bei uns auf der Webseite nochmal weitergehend über den Defender informieren. Und dann wird jetzt schon das Konfigurationsprofil auf die jeweiligen Systeme angewendet. Heißt, wenn ich im Monitor schaue, Jobmonitor, sehe ich dann hier Standard-Clients, wurde schon erfolgreich auf meinen Client entsprechend gepusht. Und somit erhalte ich dann halt auch regelmäßig die Defender-Ereignisse und Quarantäne-Informationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stehen meine Kollegen und ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. Über das Abonnieren von unserem Kanal freuen wir uns sehr.